Oh, moin man dort, ich bin's, euer BlackShower723, hier ist es grad ziemlich dunkel und ich hab heute einen kleinen Gast dabei, das ist nämlich der CrossRacer. Ja, servus, Leute! Ich hab hier das letzte Mal aufgehört, weil es hier ja gleich in einen Bossfight, denke ich mal, übergeht. Sagen wir es mal so, Patrick, ich hab hier grad so eine komische Kuppel vor mir hängen. Sieht ein bisschen verräterisch aus. Ja, ich schau mal kurz deinen letzten Partner, damit ich auch bis zum bekannt bin. Oh ja! Ich hatte recht. Oh, ich dachte, ich hatte GTA. Oh, wie sieht der Boss aus? Er ist groß und grün. Ah, interessant. Haut ein bisschen aus, als wenn er aus Kristall wäre. Wow, er hat mich getroffen. Oh, mal kurz, wie der Boss heißt. Das ist irgendein komischer Mutant wahrscheinlich. Oh, fuck it. Boys. Ich muss mal kurz im Kreis um den drumherum rennen, damit er mich nicht trifft und ich mich mal eben wieder von 100% hochheilen kann. Alter! Hör doch auf! Echt? Du brauchst ja als Blockbuster. Ja, aber das ist er nicht. Nein, ich möchte immer noch keinen Senf-Deadpool. Deadpool-Dollar. Ich habe ihn übrigens ausgenockt. John! Ja? Was? Like a boss. Das ist Deadpool. Ja, okay. Der kann das. So, ein bisschen OP. Ja, DP ist OP. Okay. War das ein Fettsack? Oder war der nur grün? Der war grün und ziemlich breit gebaut und hatte so komische grüne Dornen an den Händen. Oh. Oh. Ich bin doch nicht. Der mein PC ist gut. Bevor das. Oh. Ah, Game Boss. Screenshot. Teleport. Oh. Ja, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Oh. 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 Hey. Du schießt auf mich. Arschloch. Wow. Okay, der hat keinen Kopf mehr. Deadpool gibt es 5. Sehr viele Scheiße im Internet. Ja. Deadpool ist auch Boss. Keine Infos. So von wegen, ich habe hier gerade einen ziemlich kopflosen Gegner. Was hast du gemacht? Ich habe ihm den Kopf abgeschnitten. Ich habe mich das lassen. Forrest, ah. Tacos. Ah, geil. Panzer. Tacos. Good. Oh. Oh, nächster Bossfight. Okay. Gegen Arklite. Hey, hey, Arklite. Looking good, babe. You've been working out? Your pecs. I mean, your breasts. Your pecs. Your chesties look unbelievable. If you catch my trip. I can help you get off that villain D-list. Kill this pansy. Okay, she-man. We'll talk about your D-list pecs later. Ah. Guck dir. Fass mich an. Wenn ich euch nicht wegkontom. Get in there, you idiot! Hey, boss. Hey, boss. Oh, der hat mein Elektroshock-schopps. Oh, der hat mein Elektroshock-schopps. Oh, ich fühle mich. Großes Boom. Oh, hallo, süß da Hey, na? Die versuchen gerade wirklich gegen einen Spann zu kommen WTF Die treten Mädel, du hast vergessen, dass ich mich teleportieren kann Woah, die macht mich tot Mädchen, das tut man nicht, man tötet keine Super Schurken Echt? Einfach im Kreis laufen, das heilt mich Das ist doch keine gute Idee, gerade mit dem Panzer einfach mal Krieg anzufangen Denkst du cool? Du bist nicht der einzige, mit Kraft, kleine Geek Ich bin gerade gemein, ich steche hier die ganze Zeit im Rücken Ich zieh mich gerade mit der Hand Jetzt kann ich das andere sagen Ey, ich hab nach B gedrückt, du dummes Spiel Ja, Kotz, Blut! Machst du gut! Ja, Kotz, Blut! Machst du gut! Das macht keinen Unterschied Deadpool heilt sich selber Oh! Nett! Sieht interessant aus, wie sie da hängt Schon tot? Genau, sie hängt da ähnlich wie ich Achso Ja, ich steh mich gerade an der Metallstange hoch Ja, ich zieh mich gerade an der Metallstange hoch So, nochmal kurz, ähm, Fanservice, da! Hey, 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 hey! Kein Sewers, High Moon Brüste Ja, aber nur solange ihr auf Tote Brüste steht, sonst habt ihr da nicht viel von Was genau soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht Nein Hörr, ich bin so verabschied Ich bin so verabschied Ich bin so verabschied Hörr, hallo Alter, wie geil ist das? Also die Tote soll ich nicht hauen Was ist das? Hörr, das ist ja Oh, heli 1, weg Deadpool, du verdirst mich Ich weiß nicht, wo ich hin muss Guck, ich habe mich festgefahren Nicht dein Ernst Okay, ich glaube das war auch nicht richtig Ne, anscheinend nicht Hä, was muss ich tun? Ich weiß echt nicht, wie wir mit dem Panzer Ja super, hä? Ihr habt es genau gesehen, ich habe es mehrfach versucht und bin an einer unsichtbaren Wand abgeprallt Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen Das war blöd Uuuuh mir wird... mir ist schwindelig, Vertiko hat mich erwischt Schon wieder so eine scheiß unsichtbare Wand Zeig mal, ich spiel mag dich doch auch Okay, aber ich bin immerhin drüben Hier ist einer! Oh, meine dumme Hörz! Natürlich werde ich genauer in der Luft sparen können Oh, ich bin tot Was ist das denn? Also bevor ich den nächsten Part aufnehme, stoppe erst mal das Spiel Raten überall und ich spare Wände Ja, irgendwo prall ich mit mir in der Luft ab Oh, hi, was bist du denn? Oh, die können die Art in der Luft gehen Oh, die können die Art in der Luft gehen Ja, ich kann nicht Das war der falsche Knopf Da war ich selber schuld Ja, ich fühle mich nicht so gut Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Alter, du musst dir das mal in der Aufnahme angucken gleich, Patrick Also... Ich weiß nicht, dass man mit seinem Hund Gasse gehen kann Ja, nee, ist klar Spiel Natürlich ist da eine unsuchtbare Wand für mich Aber wahrscheinlich nur für mich Ja 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 Oh Gott, ich habe mich erschreckt Boah, Alter Und über teleportieren darf ich mich auch nicht Ja, super, ich habe mich natürlich drüber gesprungen über die Plattform Alter Das ist... Ist ja wohl die Jump Fail Folge hoch 10, ne? Warum? Ja, weil ich hier überhaupt nirgendwo lang springen kann durch die ganzen unsichtbaren Wände Das regt mich gerade nur minimals auf Ja, ich fühle mich nicht so Ja, ich fühle mich nicht so Und da ist der andere Diese Bugs regen mich gerade ein bisschen auf, Patrick Dann würde ich sagen, stopp die Folge Was? Nein Ich würde jetzt mal wieder hoch Vampion, du hast auch Gerisman, oder? Ja Finde ich gut, ich finde Deadpool cool Der sagt, komm zurück Leute, wir wollen dich nur ein bisschen töten Finde ich gut, ich finde Deadpool cool Der sagt, komm zurück Leute, wir wollen dich nur ein bisschen töten Was ist denn? Da sieht man, dass das Spiel von Activision ist Nein, ich weiß nicht Das sind nicht nur ein bisschen töten Wenn du wissen, was ich meine, Patrick Wenn du wissen, was ich meine, Patrick So, aber weil mich die Blocks gerade ein bisschen abfangen, mache ich jetzt auch das, was Patrick gerade gesagt hat, und werde die Folge beenden. Mit 65.000 DIPP-Punkten. Deadpool, zeig mal deine Fresse, bitte. You sexy high. Ähm, und out. Damit, ciao, ciao, bis die Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Tschööö.